Hallo, ich grüße euch. Ja, heute präsentiere ich euch dieses Produkt von FOREVER und zwar es geht einfach um Joss. Wie wir schon auf dem Bild hier sehen, Joss ist wirklich ein Betriebsmix und von daher kann ich euch einfach nur weiterempfehlen, das Produkt einfach auch zu testen und von daher, ja. Und wie gesagt, also Joss ist wirklich ein sehr gutes Produkt und FOREVER hat das Wasser neu empfunden und von daher kann ich euch einfach nur sagen, probieren sie es mal und gucken wie es auch schmeckt und sie werden einfach nicht enttäuscht sein, von daher gucken sie einfach mal, dass sie einfach die Sache probieren und einfach, ja, einfach testen wie es auch so schmeckt. Also von daher, Joss ist einfach ein natürliches, ein natürlich aromatisiertes Nahrungsergänzungsmittel mit früchtigen Noten, also von daher, drinnen haben wir wirklich viele und sehr viele Früchte, wie sie einfach auch gesehen haben. Ananas ist einfach drin und wir haben viele andere Produkte, wie wir auch schon wissen. Also von daher kann ich euch einfach nur empfehlen, das Produkt einfach so zu testen und es ist einfach reich an Vitamin C, Vollsäure, Vitamin B, Vitamin B12 und es ist einfach also sehr gut für den Körper, also so dass wir einfach für unseren Tagesbedarf, einfach von Vitamin C und alle anderen Vitaminen schon gedeckt werden. Also und damit das Produkt einfach wird, es unterstützt einfach unser Immunsystem und schützt einfach unseren Körper und von daher, es versorgt auch unseren Körper mit Energie und werkvolle Antioxidantien. Also, das ist wirklich ein sehr sehr gutes Produkt. Ich kann euch einfach nur weiterempfehlen, einfach das Kochtal einfach zu probieren und sie können auch mit anderen Forever Produkte zum Beispiel ja annehmen, zum Beispiel wie diese Forever Aloe Vera Gel können sie auch damit kombinieren oder mit anderen Forever Produkten. Also von daher, ja und wenn sie zum Beispiel Probleme mit dem Gewicht haben und wollen zum Beispiel abnehmen, dann ist einfach der Trink geeignet für sie und von daher kann ich euch einfach nur weiter empfehlen, auch zu testen, wie es wirklich ist und von daher, sie werden einfach sehr sehr positiv überreich sein, weil das Produkt einfach sehr gut ist. Also testen sie mal und schreiben sie einfach auf meinem Kanal. Ich freue mich einfach drauf euch zu lesen und auch zu wissen, wie sie einfach ihre Erfahrungen gemacht haben und von daher freue ich mich ganz besonders. Und dann Vielen Dank.